Hast du Töne? Oh, I said I'm looking for my little Elsie Looking for my Elsie Mae Klar, wir brauchen natürlich auch eine Lobby, Interessen vertreten, dass wir mit der Stadt auch kommunizieren, es gibt Fördermöglichkeiten auch, aber es ist halt alles immer ein bisschen kompliziert. Und Geld verdienen tun wir halt alle nicht damit, machen uns alle ehrenamtlich. Also alles von Open Stage Night. Es gibt auch Profimusiker, die unterwegs sind und die denken, ich habe kein Konzert heute Abend. Es ist immer ganz unterschiedlich. Dass jetzt Menschen bereit sind, 100 oder 170 Euro oder wie viel auch immer oder manchmal 40 Euro für eine Karte zu bezahlen, haben Zugang zu jedem Lied. Wie redest du mit mir? Dort liegt deine Braut. Hermia! Hermia? Was schrocken die träge verliebte Zeit mit diesem langweiligen Weibel? Nein! Hermia hasse ich! Dich liebe ich! Hast du Töne?